Japan rüstet auf. Künftig will sich das Land in die Lage versetzen, feindliche Raketenstellungen aktiv auszuschalten. Diese heute vorgestellte neue nationale Sicherheitsstrategie ist eine deutliche Abkehr von der bisherigen japanischen Linie. Die war, nach dem an der Seite Deutschlands verlorenen 2. Weltkrieg, ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet. Wozu wird der Verteidigungs-Italien so deutlich ausgeweitet? Es geht hier v.a. um Abschreckung. Japan will anderen Mächten Freund wie Feind beweisen, dass es dazu in der Lage ist, sich selber zu verteidigen. Da geht es eben auch Wege, die es bisher nicht gegangen ist. Dazu gehört die sog. Rückschlagfähigkeit. Im Prinzip ist das der Anspruch, künftig auch Präventivschläge ausüben zu können. Wenn eine feindliche Macht sich auf einen Angriff auf Japan vorbereitet. Und deswegen will Japan z.B. auch Langstreckenraketen anschaffen und selbst entwickeln. Dafür braucht es Geld. Es geht hier um sehr viel Geld. Es geht um 300 Mrd. Euro umgerechnet. Also noch mal während der nächsten 5 Jahre. Also noch mal deutlich mehr als etwa bei den deutschen Verteidigungsanstrengungen. Wir erinnern uns an das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Mrd. Die vier südlichsten Inseln der Kurilen zwischen Japan und Russland hat gestern der japanische Präsident Abe erklärt, dass er den umstrittenen Teil der Inselgruppe eben nicht als Bestandteil der Kurilen sieht. Eine Erklärung schob er gleich nach. An den Kurilen habe Japan 1951 jeden Anspruch aufgegeben, aber die vier besagten umstrittenen Inseln seien trotzdem ein Hoheitsgebiet Japans. Was in Russland praktisch die gesamte Bevölkerung geschlossen anders sieht. Fragt man die Russen danach, ob sie sich eine Rückgabe eines Teils des seit dem Zweiten Weltkriegs Russland gehörenden Kurilen Archipels vorstellen könnten, etwa um einen Friedensvertrag mit Japan zu erreichen, so lautete die Antwort mit einer überwältigenden Mehrheit von mehr als drei Viertel Nein. Ein russischer Militärstützpunkt direkt neben Japan macht, die Japaner sehr nervös. Am 8. März 2022, als Russland und die Ukraine in eine angespannte Phase des Krieges eintraten, verkündete der japanische Außenminister den Medien mutig, Südkurilen sind ein Sondergebiet und ein integraler Bestandteil Japans. Warum haben sie diesen Moment gewählt, um sich zu äußern? Denn in vielen bisherigen Verhandlungen mit Russland erhielt Japan immer das Ergebnis, kepse Status quo. Daher kann dies als Gelegenheit gesehen werden, einen neuen Hoffnungsschimmer zu eröffnen, da Herr Putin einen Angriff auf die Ukraine befohlen hat. Japan gehört zu den aggressivsten bei der Bestrafung Russlands. Neben den allgemeinen Sanktionen des Westens gibt es auch gesonderte Sanktionen. Diese Aktion Japans hat drei Zwecke. Einer davon ist, dass Japan seinen Verbündeten und den Vereinigten Staaten gefallen möchte. Zweitens wollte Japan sich dem Krieg widersetzen. Und drittens will Japan, dass Russland am Verhandlungstisch Zubeständnisse macht. Denn nach Kriegsende wird Russlands Wirtschaft sicher in der Krise stecken. Wenn sie den Schaden verringern wollen, ist die beste Lösung, Zubeständnisse zu machen. Dies trägt in keiner Weise zur Lösung des russisch-japanischen Streits über die Raucher bei und bringt die Unterzeichnung eines Friedensvertrags nicht näher. Nachdem die wiederholten Warnungen ungültig waren, hat Russland eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie die Aufnahme Japans in die Liste der unfreundlichen Länder und gezielte militärische Übungen im japanischen Meer, einschließlich in Zusammenarbeit mit China. So hat Moskau Tokios schlauen Plan vereitelt, die Kurilen mit Hilfe der USA zu erobern. Als Russland den Japanern die Möglichkeit gab, irgendwie am Leben der vier Inseln teilzunehmen, schätzten sie es nicht. Jetzt da Russland solche Möglichkeiten nicht bietet, ist es für Japan nutzlos, über dieses Thema zu sprechen. Aus einer Karte des Pazifischen Ozeans erkennt man im Nordwesten das Ochotzkische Meer, zwischen der Halbinsel Kamtschatka und der Küste Sibiriens. Denn Russland gehört bekanntlich nicht nur zu Europa, sondern reicht bis an den Pazifischen Ozean. Dort grenzt es unmittelbar an Japan durch die Insel Sachalin und die Inselgruppe der Kurilen. Die Inselkette erstreckt sich über etwa 1200 Kilometer von Kamtschatka bis zur Insel Hokkaido im Norden Japans. Heute leben auf den Inseln vor allem Russen und einige Japaner. Insgesamt sind es etwa 19.000 Einwohner, aber genaue Angaben gibt es nicht. Die Lage ist also widersprüchlich. Die Inseln sind eher unwirtlich, vulkanisch, ständig bedroht von Erdbeben und Tsunamis, kaum besiedelt und entwickelt und trotzdem streiten sich Japan und Russland, zwei Großmächte am Pazifik, seit mehreren hundert Jahren darum. Ende des 16. Jahrhunderts weitete Japan seine Herrschaft auf die beiden Inseln Hokkaido und Sachalin aus. Auf die damals kaum bekannten südlichen Kurilen, damals nördliche Territorien genannt, erhob niemand Anspruch. 1697 eroberte Russland Kamtschatka und die Russen erforschten die Kurilen bis nach Urup. Angesichts des russischen Vordringens errichtete Japan 1800 eine Garnison auf Iturub, um die Militärgrenze des japanischen Reiches zu markieren. 1855 wurde im russisch-japanischen Vertrag von Shimoda diese Grenze zwischen beiden Staaten bestätigt. Allerdings führten neue Ambitionen und Mittel auch zu ständig neuen Wendungen. 1875 erhielt Russland im Vertrag von St. Petersburg die Hoheit über ganz Sachalin und Japan wurde die Hoheit über die Kurilen zugesprochen. Anfang des 20. Jahrhunderts drang Russland weiter in Richtung Pazifik vor. Es annektierte die chinesische Manchurei und stieß nach Korea vor, um dort Hafenstädte an der Küste zu erobern. Das führte schließlich zum russisch-japanischen Krieg von 1905, der ein Jahr dauern sollte. Russland wurde von der japanischen Armee besiegt und im Vertrag von Portsmouth musste es die Hälfte der Insel Sachalin an Japan abtreten. Ja, so weit zur Lage im Jahr 1905. Und nun verkompliziert sich die Angelegenheit, denn im Februar 1945 wendete sie sich erneut. Im Zweiten Weltkrieg verlangte Stalin für einen Eintritt der UdSSR in den Krieg gegen Japan die Herrschaft über Südsachalin und die gesamte Inselgruppe der Kurilen. Auf diese Forderung gingen die USA und Großbritannien schließlich ein. Und so musste Japan am 2. September 1945 im Rahmen seiner bedingungslosen Kapitulation hinnehmen, dass die Kurilen und der Süden Sachalins unter sowjetische Herrschaft gerieten. Allerdings hat Japan diesen Herrschaftsanspruch nie anerkannt. 1951 bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags mit Japan unter Beteiligung von 51 Ländern. Als die Sowjetunion um einen Text mit dem Zusatz Anerkennung ihrer Souveränität über die Kurilen und Südsachalin bat, wurde dieser nicht angenommen. Der Grund ist sehr lustig, weil Japan nicht zustimmt, ein besiegtes Land hat das Recht zu sprechen. Danach verließ die sowjetische Delegation den Vertrag und unterzeichnete ihn nicht. Aus diesem Grund gibt es theoretisch immer noch Krieg zwischen Russland und Japan. Nach vielen erfolglosen mündlichen Forderungen gab Japan seinen Anspruch auf Sachalin auf. Und nur der südliche Teil der Kurilen bleibt übrig. Sehen wir uns die Standpunkte der beiden Länder an. Für Japan gibt es mindestens drei Gründe dafür, die nördlichen Territorien zurückzufordern. Erstens die Geschichte. Für Tokio gehören die Gebiete seit 1855 unter Unterzeichnung des bereits erwähnten Vertrags von Shimoda zu Japan. Zweitens der Fischfang. Die Gewässer rund um die Inseln Iturub und Kunashir gehören zu den fischreichsten der Welt. Drittens würde Japan gern in die Entwicklung der russischen Ostküste investieren, um im Gegenzug in den Genuss von sibirischem Erdöl und russischem Erdgas von der Insel Sachalin zu gelangen. Eine Beilegung des Konflikts würde dazu beitragen, die russischen Vorkommen nicht der Konkurrenz aus China und Südkorea zu überlassen. Nun zum russischen Standpunkt. Wie in Japan besteht auch in Russland Interesse aufgrund der Fischbestände, aber auch wegen der dort vermuteten Öl- und Gasvorkommen. Außerdem sind die Kurilen, anders als für Japan, für Russland von strategischem Interesse, denn sie begrenzen das Ochotskische Meer. Die Kontrolle über die Kurilen gewährt einen direkten Zugang zum Pazifik. Deshalb beabsichtigt Russland zur Bekräftigung seiner Ansprüche den Bau von 392 zivilen und militärischen Gebäuden auf Iturub und Kunashir. Südkorea ist eine der wenigen Regionen Ostrusslands, die im Winter nicht zufriert. Daher wurde hier seit der Sowjetzeit eine Militärbasis errichtet, um die Verteidigung durchzuführen und Schiffe zu schützen, die in den Pazifik fahren. Und das ist auch der Grund, warum Japan versucht, jede Gelegenheit zu finden, sein nördliches Territorium zurückzuerobern. Im Kurilen-Konflikt fährt Russland schweres Geschütz ab. Präsident Dmitri Medvedev wies seinen Verteidigungsminister an, modernste Waffen auf den Inseln zu stationieren, die auch von Japan beansprucht werden. Medvedev hatte im November als erster russischer Staatschef die Kurilen besucht. Wegen eines russischen Marinemanövers am japanischen Gedenktag für die nördlichen Territorien hat die Regierung in Tokio eine Protestnote an den Kreml gesandt. 20 russische Kriegsschiffe durchquerten am Montag die Eisfelder, um vom japanischen Meer in das Ohotskische Meer zu gelangen. Der Gebietstreit um die Südkurilen, die sowohl von Russland als von Japan beansprucht werden, belastet seit Jahrzehnten das Verhältnis beider Länder. Russland hatte Japan in der vergangenen Woche per Seewarnung über Schießübungen und Raketenstarts in der Region in dieser Woche informiert. Russland und Japan haben mit Gesprächen über einen Friedensvertrag begonnen. Die beiden Länder haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keinen Friedensvertrag unterzeichnet. Der Stein des Anstoßes, eine japanische Inselgruppe, die Sowjetsoldaten gegen Ende des Krieges besetzten, die Kurilen. Zugegeben, wir sind uneins in einigen wichtigen Punkten, sogar komplett gegensätzlicher Meinung. Doch der politische Wille ist da, unsere Beziehungen zu normalisieren und Japan arbeitet beim Dialog mit. Wir haben unseren Freunden aus Japan deutlich gemacht, dass wir über die Kurilen nicht diskutieren. Sie sind das Territorium der russischen Föderation. Japan bezeichnet die Kurilen Inseln schlichtweg als nördliche Territorien. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe betonte in der vergangenen Woche alles zu tun, was Japan möglich sei, um einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Von Japan haben die Russen dabei gar kein negatives Bild. Die Japaner gelten als Lieferanten hochwertiger Mikro- und Unterhaltungselektronik. Ihre Autos sind in Russland ebenso beliebt wie die japanische Sushi-Küche. Außer dem Streit um die Kurilen stört nichts das Bild von einer an sich guten und wirtschaftlich florierenden Nachbarschaft im fernen Osten. Dennoch stört es die Russen nicht, wenn dann eben seit dem Zweiten Weltkrieg kein Friedensvertrag mit den Japanern besteht. Der Status Quo ist als richtig anerkannt und die Geschäfte mit den Japanern laufen trotzdem, ob diese nun unzufrieden wegen der vier Inseln sind oder nicht. In Japan ist die Stimmung übrigens gar nicht so eindeutig. 42% der Menschen würden auch einen Friedensvertrag ohne die Kurilen schließen. 46% lehnen das ab. Denn bei näherem Hinschauen erkennt man, dass trotz des Gebietskonflikts der Warenhandel zwischen beiden Ländern zunimmt. Japanische Unternehmen investieren seit den 90er Jahren im russischen fernen Osten. Sie importieren Holz aus Sibirien, Fisch und Aluminium. Und sie tragen zum Ausbau der russischen Häfen von Vanino, Sowjetskajagawan und Hassan bei. Außerdem beteiligen sie sich am Bau der Instation der Baikal-Amur-Magistrale, die den Pazifik mit Sibirien verbindet. Dazu kommen Flugverbindungen zwischen Sakhalin und Hokkaido, sowie Schiffsverbindungen zwischen Wladivastok und Niigata, Niigata und Vanino, sowie Vanino und Otaru. Und abgesehen von den Kurilen sieht sich Japan in der Region mehreren Streitigkeiten in den angrenzenden Gewässern ausgesetzt. Das wird an der Karte der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes deutlich. Konflikt im Norden mit Russland, aber auch im Westen mit Südkorea und im Süden mit China und Taiwan. China unterstützte kürzlich auf einem chinesisch-russischen Gipfeltreffen die Ansprüche Russlands auf die Kurilen und unterstrich seinen Anspruch auf die Senkaku-Diaoju-Inseln im ostchinesischen Meer, die seit 1972 von Japan verwaltet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020